So, jetzt grüßen Sie mal, jetzt kommen wir zurück zu PokéNight at the Inventory. Ja, genau. Eine golden Uhr! Okay, also. Wir kommen zu einem neuen Spiel. Und... Letzte Runde hat niemals stattgefunden, auf dem Papier. Und... Max wins the end. Ha. I call. Oh, I'm calling. Oh, bad. Okay. Race. Call. Check disk. Check disk, ey. I'm folding these. Ah, ne, es ist so wahrscheinlich. Max wins the end. Whatever I choose is going to be awesome. Oh, hm. I call. Race. No way. No way. Hm, ne. I call. Max wins the end. Hat er schon wieder übelstes Chip-Lied, der Max, ey. Dieser Max. Dieser verdammte Max. I, Ian. Hm. I'll call that. Na, klar. I'm gonna call. Maybe I won't check. Oh, check. Come, lass mir zwei Kreuze sehen. Okay. Verdammt. Nope. I'm raising. Das ist gut. Max wins the end. Gott. Poker ist so geil. Ist geil, wenn man es kann. Call. Ich habe jetzt echt gecallt. Ich habe gecallt. Let's see the next card. I check. I'm good. I check once. Not so much fun. I'm betting. Dieser kleine. Was? Oh, klar. Foldsville. Nein, nein. Oh, mein. Oh, mein. Don't worry about your jibis. Little jibis. Was? Nope. Aha. Strong bad wins the end. For me? Hm. Ist jetzt nicht mal so schlecht. Okay, I call. Calling. I will play. Calling. Hm. Also echt, also... Irgendwer da oben mag mich nicht. Scheint so. Ich habe Fortuna irgendwas Böses getan. Ich habe schon wieder diesen Buben 6, ey. Hatt' ich schon in der letzten Folge. Bube 6. Queen. Okay. I call. Queen 2. I call. Ja, ja, komm. Ich check 2. Ich check this. Ich check as well, gentlemen. Oh nein, nein, nein Oh mein Gott Ich bin alle hingegangen, was? Ich hab gerast, oh mein Gott Oh mein Gott, ich hab Ich wollte doch nicht all in gehen Ich verreck dich Was? Ach du meine Güte Alter, hab ich ein Full-Haus? Ich werde das Ding missen Oh mein Gott, was war das? Alter, als ich gesehen hab, der hat ein Drilling Ich hab, ich, ich hab abgeschlossen Ich hab gedacht, ich kotze gleich wieder auf den, ich leg mich gleich wieder auf den Boden hin Krieg ich ein Full-Haus? Ach du meine Güte Das war schon wieder viel zu krass, ey Heidium, oh mein Gott Okay Hey, eine Uhr Hey, eine Uhr Tja, schöne Uhr Okay Eine Stats Oh mein Gott, Alter Schwede Ganz ehrlich Wenn ich das Video hochgeladen hab, ich muss mir anschauen Ich muss nochmal mir meine Reaktion ansehen Ich glaub, die war ziemlich witzig Oh mein Gott Ich hab Karl? Krass, ey Krass Was? Ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich will spielen Das ist viel zu krass, ey Das ist viel zu krass Äh Nee, komm Ich muss jetzt erstmal klarkommen auf mein Zeug Max wächst die Hand Das Heavye hat sich aus dem Spiel eliminiert Die Blinden sind jetzt 300, 600 Oh Gott Ja, 4000 Hast du jemanden ins Hirn geschissen? Der ist so witzig, der Sack Max wächst die Hand Oh Gott, ey Das war echt zu krass Hey Hey, Mann Ja, jetzt kannst du raisern, du Sack Ah, jetzt call, Antrino Free card Okay, I bet Okay, das ist okay And I'm out Max wins the hand Yeah Wenn du raisst, du kleiner Scheißhase, ey Okay Danke Sehr gut Vielen Dank Ach, jetzt ist aber mal gut, oder? Der Hase mit Betten Wusste ich's doch Ich wusste's doch Dieser verdammte Du endest als Hassenbraten Oh, 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 that's what I'm talking about I'm going all in Ich hasse mich Oh, I hate Prudence Okay Okay, I call Bitte Strong Bad wins the hand Oh, nein Oh, das ist nicht gut Oh, ich hab 3000 Und mal kurz verschenkt Weil ich auf den Fatsch klopfe I call I'm going to check Meine Güte Strong Bad wins the hand The blinds are now 400 800 Queen Sex schon wieder Nein, das war vorhin Bubesex I'm going to call Strong Bad wins the hand Wieso? Oh Wehe, du raisst If I was capable of lucid frustration I'd take the dealer out into the alley And give him what for I call Nein, das war ja klar Alright, I check Oh, I'm calling Ah, nicht so gut I'll check Oh, ho, ho, ho I call The player has Three of a kind Strong Bad has A pair of fours The player wins the hand Look at that Okay Calling Calling Okay I check Ah, wäre eh nichts geworden Ja, vielleicht mit der fünf Vielleicht Nein Tschüss Oh 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 Okay I raise Okay Interesting Eine Oh Ja Oh Mein Gott Vierling Oh, boi. Cool. Ja, klar. Na, endlich mal. Danke, Fortuna. Oh, meine Grazie. Das war mir fast klar, das war mir fast klar. Aber, oh Gott, nee, nichts mit... Nicht mit der schwächsten Kacke. Juhu. Oh, boi. Oh, snap. Was? Was war das denn? Nein, nein, Gott. Ah, Gott, nein, Gott, nein, du wasser. Das ist pretty much what a loser would do. Strungbad wins the hand. Hm. Oh, I'm calling. Thank God you're here. Okay. Das ist echt ziemlich... Oh, boy. Straße. Straße und... Straße... Oh, my God, fuck. The player has two pair. Strongbad has two pair. Ah, fuck. Ja, dann einfach mal mit der... Man, I really hope this is all being recorded for a VHS box set. Scheiße. So ein kleiner... Na, auf alle. Ach, rein damit. Ja, und ich krieg natürlich keinen Asmars. Was soll ich denn... Check, check, check it out. Bluff incoming. Ha, no way. The player wins the hand. Calling. Okay. Watch out, everyone. Watch out, Jack. Auch wenn man natürlich mit Echtgeld spielt. Ähm, auch bei Turnieren ist, dass man halt echt immer die Fassung gewahrt. Das ist halt echt schwierig. Man darf sich halt echt nicht aus der Fassung bringen lassen. I would hate to play against me. Strongbad wins the hand. Oh, ho, 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 ho. Oh, I'm calling. Ich hasse, ich hasse... I bet. Das ist, es ist, es ist unfassbar traurig. Es ist echt unfassbar traurig. Es ist echt unfassbar traurig. Checking! I'll check! Hm. Strongbad has a pair of twos. The player has a pair of twos. The player wins the hand. I just hate you. So much! The blinds are now 600, 1200... Oh, pop, 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 pop. You keep checking. And I'll keep checking out the... LAY... DAYS. Let's do it. Calling. Oh, je. Raisin in the sun. Ha. Der hat jetzt kein Drilling, oder? Er hat kein... Der hat jetzt kein Drilling. Okay. Strongbad heads, two pairs. The player wins the hand. I guess that's a good hand. Like a baby hand. You have baby hands. Okay. Okay. Von mir aus. Oh, ja. Es geht langsam in die richtige Richtung. Okay. Mann, ey. Halt die Klappe, ey. Du Sack. Du Sack. Sack. Kleiner, ey. Wenn der jetzt raced, ey. Ich bin calling. Beziehungsweise warum denn? Oh, I'm calling. Okay. Oh, babe. Oh, I'll race. Okay. You must have checked your coolness at the door. Mal schauen, ob er all in geht. Scheiße, jetzt ein Siebener. Sterb ich, ey. All right. The player has two pair. Strongbad has three of a kind. Strongbad wins the hand. Winagain.exe. Dot gov. Dot org. Kla. Mit 10-2-A. Oh, Gott. 10-2-A. I don't know. The Prince. Ja, bis jetzt passt es noch. Bis jetzt passt es noch. Dankeschön. Ja, 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 ja. Man geht aber nicht mit 10, 2 Ohl in den feißen Deckel. Komm, jetzt gib mir doch mal eine Flaschchance. Nur eine Chance auf Flasch. Okay, es ist eine Chance auf Flasch. Es ist zwar eine geringe Chance auf Flasch, aber es ist eine Chance da. 7000, ey, du kannst doch wieder schlagen. Oh. Ist das ein All-In? Ist das ein All-In, ey, oder? Alter, der Typ geht, der callt überall. Was? Echt, ich verrecke, ich verrecke. Oh Gott. Könnte ein 6er haben, er könnte ein 8er haben. Könnte auch ein 4er haben. Er könnte auch 2 As auf der Hand haben. Könnte auch 5 7 auf der Hand haben. Wobei das natürlich eher unwahrscheinlich ist, weil ich schon 2 7 auf der Hand habe. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Ja, schon wieder das schwächste Pärchen in meinen Arsch. Mein Arsch, mein Arsch, mein Hintern. Ich würde es auch gern machen. Ja, genau. Mist. Mist. Ja, genau. Der callt doch mit allem, oder? Der callt doch mit allem. Scheißegal, was das ist, er callt. Scheißegal, was das ist, er callt es. Natürlich kriegt er den Buben. Okay. Oh Gott, ich hoffe es. Ja, natürlich hat das... Atau! Strong Bad has 2 Pair. The Player has a pair of 4s. Strong Bad wins the Hand. Just gonna keep on winning. Same type deal. Twice times, twice times. Okay, von mir aus. Strong Bad wins the Tournament. This is my wild, wild victory song. Do you like it? Can you smell it? It's my victory song. Also, folgendermaßen, wir sagen es einfach mal so. Die Uhr, die ist einfach 20.000 Dollar wert. Fertig. Und dann sind wir auf neu. Yes, man. Ich hab... Ich hab drei Spieler rausge... Ne? Oder ist das insgesamt? Weiß ich gar nicht. Ich hatte fast gesagt... Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ja, ich war ihn jetzt wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr dann irgendwann mal wieder beim nächsten Mal wieder bei PokerNight at the Inventory mit wieder dabei seid. Ach Gott, das spürt mich so aggressiv. Mein Name ist Ben und ich sage für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi! Tschüssi! Tschüssi!